Hallo liebe EMTB-Leser. Für unser neuestes Video habe ich eine Produktneuheit dabei, die das E-Mountainbike-Jahr 2022 nachhaltig prägen wird. Und zwar die Neuheiten von Bosch E-Bike Systems. Das smarte System, so nennt sich das Ganze. Aber was steckt da eigentlich dahinter? Der Motor bleibt dabei weitestgehend unangetastet. Gleiche Maximalpower, gleiches maximales Drehmoment von 85 Newtonmetern. Kleine Neuerungen sind neue Kabel mit neuen Anschlüssen. Die dickste Neuerung ist dieser hier, oder eigentlich müsste man sagen die längste Neuerung. Nämlich der neue Powertube 750. 750 Wattstunden sagt der Name schon. Sieben Zentimeter länger als der 625er Powertube und ungefähr 700 Gramm schwerer. Die genauen Daten können wir da leider noch nicht liefern, weil wir bisher nur Vorserienmodelle in der Hand hatten. Ja, der neue Riesen-Akku wird nochmal einen ganz schönen Schub für die Reichweite bringen. Ohnehin eine Stärke des Bosch Antriebs. Und die großen Akkus sind nicht nur bei Bosch ein Trend für 2022, sondern viele Hersteller werden mit richtig großen Energieträgern kommen. Das Ganze hat aber auch seine Schattenseiten. Wir haben es schon gesagt. Klar, der Akku wird natürlich schwerer. Der Akku wird auch länger, wodurch der Schwerpunkt der Bikes ein bisschen nach oben wandert. Und günstiger werden die neuen Modelle dadurch definitiv auch nicht werden. Neu bei Bosch 2022 sind aber nicht nur die Akkus, sondern das ganze System. Das heißt auch, neu und alt sind nicht mehr kompatibel. Weder die Ladegeräte noch die alten Akkus können mit dem neuen System verwendet werden. Im ersten Schritt wird es auch für das neue System ausschließlich den großen 750er Akku geben. Komplett wird die neue Einheit aber erst mit den neuen Remotes und neuen Displays. Eine Sache, auf die viele Bosch-Fans lange gewartet haben. Die Bedieneinheit am Lenker bekommt einen komplett neuen Look und neue Funktionen. Man kann sie künftig als Standalone-Lösung, also separat nutzen, um ein sehr cleanes und einfaches Cockpit zu erhalten. Die Anzeige von Akkustand und Unterstützungsstufen läuft dann über farbige LEDs. In Kombination dazu gibt es das neue Kiox 300, also eine neue Version vom bekannten Kiox Display. Es ist weiterhin eine sehr cleane, relativ große Lösung mit einem übersichtlichen Farbdisplay. Und das Gute, man kann das Display recht schnell an- und abklicken und sich so entscheiden, ob man nur mit der Remote oder mit der Kombination aus Remote und Display unterwegs sein will. Ein weiterer neuer Punkt beim Bosch-System ist der neue Speed-Sensor. Der wurde extra so entwickelt, dass er schlank und versteckt im Ausfallende sitzt. Aber eines fehlt natürlich noch, nämlich die smarte Komponente des neuen Systems. Eine neue App, die E-Bike Flow App, soll viele spannende Features bereithalten. Zu den wichtigsten zählen sicherlich Over-the-Air-Updates. Das heißt, sowohl der Antrieb als auch das Display können bequem von zu Hause aus auf den aktuellsten Stand gebracht werden. Und auch der zweite Punkt, in dem Bosch der Konkurrenz in der Vergangenheit etwas hinterherhinkte, wird von der neuen App gelöst. Die Unterstützungsstufen sind künftig individuell einstellbar. Regelmäßige Updates und neue digitale Features sollen den Antrieb auf Dauer top aktuell halten. Wir sind gespannt, wie die Bike-Hersteller das neue Bosch-System in ihren neuen E-Mountain-Bikes umsetzen werden. Einen ersten Eindruck bekommt ihr schon bei uns auf der Homepage. In der nächsten Print-Ausgabe von EMTB gibt es dann auch ausführliche Tests, wie sich das neue System wirklich schlägt, wie viel Reichweite es wirklich bringt. Also unbedingt reinschauen. Außerdem lasst gerne ein Like da, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.